So Leute, herzlich willkommen zurück. Nun kämpfen wir uns durch das Zentrum der Stadt auf die andere Seite. Die Stadt liegt außerhalb der Zone, Quarantänezone, was auch immer, wo auch immer wir uns dadurch gekämpft haben. Bedeutet, hier wird es vermutlich Infizierte geben. Aber ich glaube kaum, dass wir welchen begegnen werden. Meine Güte, wie sehen die Häuser also von Nahem aus? Sie sind so groß. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantänezone sind heftig bombardiert. Und heute so viele Infizierte. Na, was war das jetzt? Ja, ich hörst du das. Ja, klang aber als wäre es weit weg. Echt? Wollen wir es hoffen, ne? Vorerst. Na los. Wow. Hans, es ist schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das ist richtig da hinten, wie es irgendwo ist. Was hier soll das Städtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. Zwei Schuss und ein kaputtes Messer. Mehr brauchen wir nicht. Ja, und jetzt? Die Leute müssen irgendwie da runter, ne? Ja. 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 Hier drüben. Hier drüben. Hier runter gehen. Nö, definitiv hier nicht. Der Oldstone-Bilding. Wie sieht's aus? Ach, klasse. Ein Raum. Wunderbar. Hey, Tess. Komm her. Ah. Ach, klasse. Geil. 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 Alter. Irgendwas hat er. Er wurde zerfetzt. Ja. Echt? Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Da geht's schon mal nicht runter. Sagt, uns bleibt nur der Weg. Hier rein, klasse. Äh. Da geht mich mal anders aus dem Weg hier. Bleibt immer schön hinter mir. Ich bin der Mann hier. Ich bin der Mann. Alter. Gottverdammt. Klicker. Was ist mit dem Gesicht? So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? Ach du Scheiße, Alter. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So ordentlich. Äh. Gott, ist das widerlich. Ich bin mit schlecht. Mist. Geht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Oh, überhaupt so schnell ein paar. Kopf runter. Alter. Jetzt geht's, glaube ich, rund. Nichts passiert. Alles ist total okay. Okay. Eine Schere. Bandszeug oder was auch immer. Nein, Klebeband wahrscheinlich. Aber. Ich habe immer noch nichts, wo ich mich verbinden kann, hier. Okay. Hilf mir hier mal. Alter. 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 Was ist das? Nichts passiert. Suchen wir Vorräte. Scheiße. Oh, das war heftig. Oh, wie gesagt. Okay. Aha, aha. Fünf schonen Dinge. Oder herstellen. Ja, nun habe ich zwei Messer. Klasse. Achso, ich muss mit zwei Messern anfangen, hier. Ich will keinen zwei Messer. Alter, ich brauche was, wo ich mich verbinden kann, hier. Ich bin halber am Verrecken. Alter. Ich kann jetzt sagen, warum. Der pinnet. Munition hat. Achso, besser. Auf diese Steine können sie bauen. Schwäbisch Hall. Aber noch keinen. Hier. Vielen Dank. Oh. Neu verzeptet. Etikett. Korrekte Scheiße. Ja, gleich mal verbinden hier. Wir wollen ja fit sein, wenn wir die umlegen, ne? So, alles klar. Ähm. Mädels. Wo seid ihr hin? Toll, ein Messer ist schon mal am Arsch. Zehn von den Pillen, geil. Und Munition. Und noch eine kaputte Schere. Ah, das hat sogar gelohnt, hier. Boah. 25 Zahnräder. Oh na, die Waldfee. Ich wollte eine Bierflasche holen, ich war zum Saugen hier. Ja, kein Alkohol. Kein Alkohol. Ja, ich muss mal sagen, wir wollen das feststellen, oder? Warten wir, dass wir hier wegkommen. Was war das gerade? Soll ich denn irgendwie so wedeln? Hallo? Passiert irgendwie nix. Oh man. Alter. Uuuh. Hallo? Da oben. Mal sehen, ob es da weitergeht. Ja, werfen wir halt mal die Frau einfach da hoch, ne? Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Ne, Frauen und Kinder zuerst. Haha. Jetzt komm schon. Komm, Große. Na, los. Okay. 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 Your kör ist es. Los, los. - Haha. Ja. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Drauf Ich glaube, das war's Oh, der hat Medikid Hat ihm aber nichts mehr gebracht So wie er aussieht Soll ich jetzt einfach so drüber springen oder was? Moment Bitte, die Damen Klasse Die Treppe ist dicht Das ist verrückt Oh, das ist keine Höhenangst Oh, das ist die Information nicht Aber der Typ da unten Gucken wir mal einfach mal vollstaub hier Okay Oh je Ohne Witzung, wo die da rumschleichen Überall Das ist echt die Herze Ist da jemand Kantholz mitgenommen Geht ab Ist da jemand Oh ja, das ist Geil Revolver Okay Du kannst mehr Waffen mitnehmen Als du Halfter hast Das ist normal Zusätzliche Waffen werden in deinem Inventar abgelegt Und können gegen eine ausgerüstete Waffe ausgetauscht werden Wähle Waffe zum Austauschen Halte X gedrückt, um dein Inventar aufzurufen Ah, okay Alles klar Ah ja Da wird die und der Revolver Ich würde sagen, dann wäre es mal nur die, ne Die normale Ne Ach nö Was ist jetzt Muss ich ernsthaft wechseln, damit ich weiter kann Oder was Ich seh mir das an Bleib bei den Mädchen Wo sind die Da unten Einer Zwei Drei Alter Soll ich die da unten jetzt alle platt machen Oder was Na dann Werden wir uns ins Getümmel Alter Scheiß Bleibt mir fort Du siehst mich nicht Du siehst mich nicht Du siehst mich nicht Oh Gott Alter 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 na große da war es einer weniger so gehen wir da rein machen die mal alle da platt doch das würde ich sagen machen wir in der nächsten Folge bis dahin macht's gut und haut rein